Na, ihr jungen Wilden. Da ist er wieder. Der Mann mit dem großen Schwert, das nicht mehr das Bastardschwert ist. Arte. Aber ja, lang, lang ist's her. Vergangenheitsmari hat mich betrogen, aber kriegen wir irgendwie hin. Na ja, Graf ist da, Sky ist da, Dummy ist da, Lex ist da. Cat Jam ist da. Kann losgehen. Lex! Na, alles gut bei euch? Ich werde wahrscheinlich schmelzen, ich warne euch nur schon mal vor. Aber wir gucken mal. Eieieie, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Lass mich mal gucken. Oh nein. Oh nein, jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen. Das ist das Problem, wenn man Final Fantasy XIV mit dem PlayStation 5 Controller mit japanischer Tastenbelegung spielt. Nee, Drunk Sky war voll in Ordnung. Wir haben ja auch nicht mehr lange gemacht dann. Alles gut. Gräme er sich nicht. Oh Gott. Oh Gott. X bestätigen. Kreis endbestätigen. Hm. Oh, was haben wir denn hier schön nicht? Ach guck mal, da sind ja sogar Buchstaben dran. Für Tifa, für Cloud und für Barret. Das ist ja gar nicht mal so kacke. Ich hoffe, wir werden wieder Belebnis brauchen. Aber was man hat, hat man bekanntermaßen. Summon Materia haben wir ja nur eine. Kriegen wir hin. Irgendwie. Uh, was denn schön ist, Lex? Erzähl doch mal. Ew, MMO mit dem Controller? Excuse me, Sir. Bin jetzt Team Aerith. Ja, mal gucken, ne? Das sollte ja heute was werden mit der guten Dame. Aber nur, wenn ich den Airbuster kaputt kriege, das weiß man natürlich nicht. Die MC2 ist einfach nur drei Stunden lang, das kann nicht sein. Also, es ist jetzt auch kein mega langes Spiel, aber zwei Stunden, äh, drei Stunden erscheint mir ein bisschen wenig. So, wieso steht ihr eigentlich hier so wie bestellt und nicht abgeholt rum? Habe ich noch Keycards? Keine Keycards mehr. Hey, Airy! Na? Ich habe ein bisschen Angst, aber wir kriegen das hin. Bestimmt. Es ist nur ein Boss, der kann mir nicht wehtun. Uh, Tales of Arise vorbestellt. Nice. Ich freue mich so sehr darauf. So sehr. Oh. Sekunde. Ich bin gleich bei dir. Ich musste nur kurz Schindra Abfall rausbringen. Hey, Sepp. Dankeschön für den Sub. Und auch dir einen wunderschönen guten Abend. Ei, 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 ei. Eskalation direkt schon mal gleich zu Beginn. Muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich habe es durch in unter vier Stunden. Ja, dann warst du wohl besonders schnell. Äh, ja, genau. Am 20. Das ist ein Achtung, Sky. Da hast du recht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe falsch. Aber ich glaube, wir müssen nach oben. Oh je, Airy. Dann musst du mir aber versprechen, dass du heute früh ins Bett gehst, okay? Damit du morgen noch ausgeschlafen wirst. Aber siehst du, dann hast du es bald hinter dir. Die Tür ist zu. Aufregend. Hey, kack laut. Los geht's. Oh Gott. Es gibt also Direktschlägerei. Alles gut. Scarlet Nexus. Oh, Crystar. Erzähl mir mal, wie Crystar ist, wenn du es angespielt hast. Das habe ich nämlich schon eine ganze Weile auf dem Radar. Aber ich bin mir voll unsicher, ob das was für mich ist. Aber klingt auf jeden Fall nach einem guten Mix, den du dir gegönnt hast. Freut mich. Scarlet Nexus will ich auch noch spielen. War es auch noch früh ins Bett? Muss noch lernen. Ach, Quatsch. Ich glaube nicht, dass du nichts kannst, wenn du heute den ganzen Tag gelernt hast. Oh, oh. Heidegger-Hassbaden, wer nicht? Ai-i-i-i. Ei, ei, ei. Direkt wieder Schusskreis? Lass mich doch erstmal warnen werden. Was denn? Tiefer? Oh nein, es ist weg. Sie haben den Eva gelaunched. Verdammt. Ich wäre ja morgen mit der 11. Klasse fertig. Ja, nun. Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber das wird schon noch. Mach dir da mal keinen Kopf. Boah, für ein Fuffi. Dafür hätte ich es auch genommen. Hm. Wie Barad of diesen Livestream-Upkicks. Dagegen. Auch Cloud. Wie wäre es, wenn wir einfach drunter durchklettern? Anscheinend nicht. Gibt es von Crystar tatsächlich eine Physique? Ich habe das bisher immer nur digital gesehen. Im Playstation Network. Kamera, was machst du? Oh oh. Haben wir das denn wohl schon analysiert? Blitzmagie. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wer von uns Blitz hat. Nicht dieser Mann. Schade. Eieiei. Au. Kiss! Schade! Kiss! 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 Au! Kiss! What the heck? Kiss! Ich kann nicht mehr kämpfen, Chat. Wir haben ein Problem. Das enthält. Ich kann nur noch 14 Combat. Kiss! 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 Das war eine laute Explosion. Ich hoffe, eure Ohren sind noch dran. so. Barre, los geht's. Warte, waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir alles so vertraut vor. Aber da hier noch Loot ist? Wahrscheinlich nicht. So. Dann schauen wir doch mal. Aber so einfach machen sie es und so, ne? Dann war es ja gut, dass wir letztes Mal zeitig schlafen gegangen sind. Ach, Tifa, glaub mir, du willst keine Dusche. Wir haben immer noch ein bisschen Schwimmbad-Atmosphäre hier. Da möchte man nicht so gern duschen gehen. Tifa steht in wirrem Weg rum, dabei wollte ich doch nur gucken, ob da Loot ist. Irgendwie sind Clouds Augen vergruselig heute, oder? Weißt du, nur weil er es beschreien muss, oder? Nur weil Barre das unbedingt beschreien muss, so fallen wir gleich ganz weit runter. Brechen uns das Genick. Ich hoffe, er schämt sich. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, also. Wie ist das? Wir müssen uns das einfach drücken. Wir haben jetzt schon zum ZD-Lock-Mod. Wir haben uns die Verletzungen geöffnet. Wir müssen uns das in den Schlechstarten vergrüßt. Wir müssen uns das in der Erde zeigen. Wir müssen uns dieses Fische und die Einzelne ZD-Locken mal machen. Wir müssen uns die Anfeuferienste einverbreuen. Woher? Das scheint mir irgendwie ein bisschen zu konvenient. Oh Gott, zeitgleich irgendwelche Dinge tun? Die Hebel des Sicherheitspuls müssen gleichzeitig bedient werden, um die Notfallsperre zu entriegeln. Die Hebel von Baradon Kla- Oh mein Gott. Ich muss die beide bedienen. Oh, war ja okay. Nach oben, nicht nach unten. Wow, sagt bloß, first try. Halt's auf. Ich habe jetzt nach unten gedrückt. Das gibt keine Trophy. Das ist nicht okay. Greime dich nicht, Lex. Ja, dann mach doch einfach das Schwert da rein. Oh Gott. So, jetzt fällen wir. Pass auf. Yes, ma'am. Ach, untersch... Ich kann mich doch nicht so trollen. Okay. Nochmal. Ich drücke eigentlich viel zu spät, aber ist dem Spiel anscheinend egal. Toll. 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 Weil eigentlich drücke ich so eine halbe Sekunde zu spät, ungefähr. Das ist es. Das ist also schon. Das ist richtig. Ich werde nicht drücken. Genau. Ja. Ja. Na nie. Also doch, später. Okay, dann zähl doch einfach wie ein richtiger Mensch. Ich hätte nichts sagen dürfen. Ich glaube, einer meiner Daumen muss ausgetauscht werden. Ich verstehe nicht, wo das... Noch später? Okay. Das fühlt sich halt viel zu spät an. Super weird. Aber wir haben es geschafft. Was soll's? Jetzt rauben wir schon raus. Ja, Entschuldigung. Ja, und wer sagt, dass du's nicht falsch gemacht hast, Barret? Hm? Hm? Wieso soll's jetzt wieder ich gewesen sein? Oh, wow. Ich hab trotzdem ne Trophy bekommen. Okay. Dann, äh... Zeig doch mal hier. Uh. Eine... Magie-Boost-Materia. Okay. Weißt du, wenn Barret immer so Trigger-happy ist, das ist doch nicht meine Schuld. Ja, warte. Ich packe kurz meine Riesen-Hosentaschen aus. Wo ist der Long, wenn man ihn da braucht? Seine Riesen-Taschen. Wobei, in Skyward Sword hat er ja tatsächlich begrenztes Inventar. Ausnahmsweise mal. Da musste man sich ja Taschenerweiterungen und so einen Quatsch kaufen. Ja, er ist halt, ähm... Schwierig. Er hat viel mitgemacht, der arme Junge. Wird den Midgar auch nicht mehr besser, glaube ich. So, äh... Das ist der richtige Weg. Okay, ja. Können wir hier nochmal sitzen? Und ne CD kaufen? Er tut halt sehr krampfhaft auf Edgy, finde ich. Was ich ehrlich gesagt gar nicht verstehe, weil er ist aktuell ja so das genaue Gegenteil von Zag, eigentlich. Aber er hat viel durchgemacht. So, eine CD zum Mitnehmen. Ich nehme mal sicherheitshalber Megatränke mit, nur für den Fall. Und dann darf ich kein Knöpfchen drücken. Ja, ich muss mich kurz am 4K wieder satt sehen. Stellt euch mal vor, Endwalker würde so aussehen. Oh nein, da ist es. Oh nein. Na, mal gucken, ob wir das First Try hinkriegen. Ich habe Zweifel. Ich glaube, ich habe den nicht mehr im OG First Try geschafft. Oh, das ist der Fall ist der Fall ist der Fall ist der Fall ist der Fall. Ja, ja. Soldiers sind Monster. Wir erinnern uns. Ich hoffe, das überträgt er nicht. Ich weiß 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 nicht. Das war's für heute. Jetzt gehen sie mit dem Chor, aber steil, ne? Hallo? Ich bin ein bisschen dabei, aber ich bin ein bisschen dabei. Oh, wir verteidigen einfach gar nichts, bringt gegen die Kanone. Okay. Gut. Dann machen wir das wohl nicht nochmal. Aber... So, hello. So, einmal. Mann, der hat aber auch viel zu erzählen, der Heidegger. Ah, verdammt. Wie beschwöre ich nochmal? Ich glaube, Yfrid wäre jetzt ganz nett. Äh, beschwöre. Aber ich kann nicht. Verdammt. Jetzt vielleicht? Komm schon, Barry. Do something. So, jetzt aber. Barry steht einfach da, weißt du. Der Einzige mit Schoßkraft und er macht einfach nichts. Ach, warte. Ich wollte eigentlich nur verteidigen. Daran komme ich ja eh nicht. Oh doch, warte. Guck mal. Ah, nicht anzünden. Ich brauche den doch noch. Oh. Oh. So, tiefer. So, tiefer. So, Efrid, finish him. You can do it. So, wer muss denn ausweichen? Hier wird nicht ausgewichen. Vor allen Dingen, du verlässt die Offensivhaltung, sobald du rollst. Du fällst gleich 300 Meter in die Tiefe, da kann man schon mal deprimiert sein. Die Rattenfänger von Midgar. Ja, das ist ja ein ganz tolles Teil, das sie da gebaut haben. Das hat ja gut gehalten. Hat das auch Jesse verbrochen? Ich glaube, ja. Warte, was? Ach, ich weiß. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Ach so. Das Wiedersehen. Oh boy, ist die Kirche hübsch geworden. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Ist so eine Materie herausgefallen. Warte, sie hat das schon. Sie hat schon. Das ist ja spannend. Die Frage ist jetzt, hat er Visionen oder Flashbacks? Das ist die große Frage, die ich mir gerade stelle. Weil das, was wir da gerade kurz gesehen haben, passiert nach OG Stunden so in 25. Naja, wobei, das ist übertrieben, aber so in 20 Stunden? Das dauert noch kurz. Ach Sky, keine Sorge, die Beziehung zwischen Cloud und Sephiroth wirst du noch begreifen. Vielleicht nicht unbedingt im ersten Remake. Aber später auf jeden Fall. Oh, ich muss mir das mal die Kirche angucken. Ich meine, die sah in Crisis Core HD ja schon echt gut aus. Aber Bro. Vor allen Dingen sieht sie jetzt auch mal so runtergekommen aus, wie sie halt für eine Slum-Kirche so sein sollte. Oh, Aerith. Und da ist mein Best Boy. Yo. Ich liebe ihn so sehr. Ich liebe ihn so sehr. Three, no. Er ist halt einfach wie Axel. Sie haben sich auch mal in Seiyu geteilt, aber leider nicht mehr. Der Betriss. Rino müsste wissen, wer Cloud ist. Rino sollte das ganz genau wissen. Oh boy. Ich bin gerade 300 Meter gefallen. Guck mal, mach schön. Guck mal, mach schön. Beste und er guckt schön von oben zu, die faule Socke. Ach, Rino. Na komm, da. Trau dich doch. Oh Gott, ich liebe ihn so sehr. Ich kann ihn nicht schlagen. Ach, Cloud, komm schon. Hm, was hältst du denn hier von? Oh, wow, ich habe ihm tatsächlich Schaden gemacht. Ach, Wahnsinn. Oh, oh. Oh, oh. Nicht in den Rücken treten. Es tut doch weh. Hm. Sein Kampfbeam ist aber auch so nice. Nur das mit dem Teleportieren wundert mich. Das sollte er eigentlich nicht können. Sagen wir es mal so. Das sollte eigentlich nur Noctus können. Ich meine ja nur. Oh, hallo, Spassi. Na, jetzt sei doch so. Oh, stopp. Ja, bei Rino muss man aufpassen. Er ist ne Bildsch. Nimm Axel aus Kingdom Hearts und multipliziere ihn mit 5. Dann hast du Rino. So, mein Schatz, es tut mir ja leid, aber du lässt mir keine Wahl. Oh, mein Herz. Aber er ist von den Turks, er muss gut sein. Oh, shit. Hi. Hey, letztes Mal musste ich noch selber laufen. Und als wir es im OG gespielt haben, ist jetzt das Spiel abgestürzt. Das passiert hoffentlich nicht. Oh, wie gut das hier aussieht. Holy shit, bro. Aber ich muss die Materia holen. Lass mich durch. Nichts darf man hier. Selbstbestimmt ist es anscheinend nicht. Aber die Materia. Ich meine, es war bestimmt eh nur wie der Blitz, aber... Ich meine. Komm, woman. Na komm, geh schon. Okay, da dürfen wir nicht lang. Weißt du, sie könnten uns auch einfach hoch und drüber tragen, wenn sie uns unbedingt da oben haben wollen. Wird's irgendwie schneller gehen. Oh oh. Oh, ich hab ihm richtig wehgetan. Ach, stimmt, sie können sie ja nicht sehen. Na. Ja, und wie soll ich das deiner Meinung nach machen? Runterschießen? Halt's auf. Äh. Oh, okay. Kletteräffchen Cloud. Ich glaub, das würden wir alle gerne wissen, was die von Aerith wollen. Weil die sind ja neu. Die gab's ja früher nicht. Ei, ei, ei. Das ist aber auch ein bisschen fummelig hier. Komm schon, Cloud. Du bist ein Soldier. Ähm. Oh, Reno tut mir so leid. Ich hab ihn halt voll vermöbelt, ne? Ei, ei, ei. Nicht schießen. This booty is precious. Please don't make holes in it. Thank you. Ach, ich soll jetzt auf die andere Seite? Oh, wohl. Wird ihr das nicht gleich sagen können? Darf ich übrigens mal sagen, dass diese Streben aussehen wie Brezeln? Au. Ja, was Shinra von ihr will, weiß ich schon. Hehe. Mich würde eher interessieren, was die Dementoren von ihr wollen. Komm mal. Komm schon, Cloud. Wenn Crash Bandicoot das kann, dann musst du das doch auch hinbekommen. Ich komm nicht runter. Meine Güte. Das glaub ich jetzt eher nicht. Ich frag mich nur, wo's hängen ist. Sollte der nicht eigentlich auf Aerith aufpassen? Helikopter-Albo. Oh, boy. Die beiden. Wenn sie wüsste, wer ihr da in die Kirche geplumpst ist. Ich mein, das muss für Aerith so schräg sein, dass ihr das jetzt einfach schon wieder passiert. Das muss so weird sein, einfach. Wisst ihr noch, als Anjil hier gesessen hat? Genau hier oben. Gute alte Zeit. Gute alte Zeit. Bei Aerith bleibt auch die Kirche. Gute alte Zeit. So. Oh, was ist so hübsch. Guck mal, da sind wir runtergefallen. Aber da die Kirche anscheinend sehr hoch steht, auf Müll, sind's doch nur 50 Meter gewesen. Haben sie sich vielleicht gedacht, ja, die ganze 300 ist vielleicht ein bisschen hart. Das schafft der Cloud nicht. Was ist so? Ja. Ja. Suspicious. Hat sie nicht ganz unrecht. Warte, ich muss kurz gucken. Ist aber auch eine hübsche Kirche. Also, wenn man sie mal instand setzen würde. Bestimmt, ja. Ich frage mich, ob Cisney noch irgendwo hier rumläuft. Wenn sie noch mal vorkommt, weine ich einfach. Not gonna lie. Aber ich fürchte, Elena wird ihren Platz eingenommen haben. Schöner Ausblick auf einen Pfeiler und eine Mülldeponie. Naja. Wir haben auch ganz schön viel Wellblech hier. Die Slums sind einfach ein Wellblech-Dorf. Aber Hauptsache, die Mülltonnen sind tiptop in Ordnung. Hier oben auf dem Dach. Ja, aber das ist schon cool gemacht. Ja, bitte. Brauchst du eine helfende Hand? Sehr gut. Ach, die beiden. Aber ich würde jetzt gerade wirklich gerne in ihren Kopf gucken. Jetzt schubst du doch die arme Frau nicht. Klar, auch kaum. Benimm dich. Du hast ihre Kirche kaputt gemacht. Warte, jetzt bin ich nicht gefällig. Ist schon beeindruckend. Das hat sie jetzt davon, dass sie gesagt hat, dass sie keine Prinzessin ist. Ich bin froh, dass sie nicht gefällig sind. Hey, das Kleid ist rosa, ja. Dass sie einfach fünf Minuten hängen lassen. Kannst du doch nicht machen, die arme Frau. Die hat nicht solche Armmuskeln wie Cloud. Und wenn sie runtergefallen wäre, das hättest du dir nie verziehen. Aber sheesh, ist die Kirche groß. Wow. Aber guck, da ist die Platte offen. Oh, das ist ein simulierter Himmel. Das weiß man jetzt natürlich nicht genau, aber... Sie ist keine Prinzessin, die kommt da alleine hoch. Except she did not. Ja doch, warte, guck. Ich weiß, bei euch sieht es weißer aus, aber bei mir... Also du siehst unten... Der Saum unten ist weiß. Und das Kleid drüber ist aber rosa. Ihr Scharbfema. Ihr Farbschema ist rosarot. Ah, warte, hier geht es gar nicht weiter. Geh mal, wohl hier lang. Aber es ist tatsächlich ein sehr blasses rosa. Im Vergleich zur Schleife. Und jetzt schubsen. Na komm. Hier ist sie wirklich geschubst hat. Ups. Immerhin hat sie gute Stiefel an. Das ist Sparta. Nein. Gibt es keinen einfacheren Weg? Ja, eigentlich schon. Eigentlich zur Vordertür raus. Und dann über den Wall Market. Aber das wäre zu einfach. Ich dachte, du gehst vor. Jetzt doch nicht mehr. Dann nicht. Aber wir wollen ja nicht den Turks und die Arme laufen. Also gehen wir die Scenic Route. Jetzt sei doch mal ein Gentleman. Boah, das Kleid hat echt viel Muster übrigens. Japaner wissen gar nicht, was Sarkasmus ist. Das gibt es im Japanischen gar nicht. Gut, Aerith hat die Party gejoint. Dann schauen wir doch mal, was sie denn so drauf hat. Kram habe ich schon mal keinen. Gebet, Frost und Vision. Das ist nicht so viel. Okay, ich kann hier keine von meiner Materia geben. Schade. Kann ich dann hier ein Kram aufleveln wenigstens? Waffen-Modifikation. Oh Gott. Ich darf nicht. Ich muss mein Ding umstellen. So gemeint. Die PS5 hat ja jetzt das japanische Buttonschema einfach gekillt. Im japanischen war es ja früher andersrum. Jetzt ist es überall gleich. Aber das hat meinem Final Fantasy XIV leider keiner erzählt. So, mehr Abwehr kann schon mal nicht schaden. Soll ja keine Glaskanone werden. Oh Gott. Sie haben selbst dieses Theme remastered. Nice. Ja, das stimmt. Theoretisch schon. Aber ich fand es eigentlich, weil früher war halt Kreis bei den Japanern bestätigen und X abbrechen, was ja auch irgendwie Sinn macht, weil sie diese Symbole auch ständig verwenden. Und die Japaner haben alle ganz doll geweint, weil sie es jetzt halt eingewäßtlert haben. Dabei ist das eigentlich viel angenehmer. Ich finde das japanische System tatsächlich angenehmer. Das klingt jetzt komisch. Ist aber so. Nein. Da will ich hin. So. Au. So. 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 So.